ich glaube ich war noch eine so doppelt hält besser so jetzt mal hier unten ja gegen den wind ist nicht schön echt schon versenkt sie ihr schafft das ich weiß das sie durchkreuzen meine pläne doch ist kann nicht ein zweites mal sterben ich werde nicht ja ist halt immer geschmackssache ich habe kanon gefunden sehr schön der widerstand ihres feindes bröckelt sie haben ein fluss gewonnen wie immer erdulde ich es wow hat er einen haufen zäuscht dabei volle segel ist ja voll das material hier sehr schön haben alle schiffe erlebt gerade so so expedition die welt in unseren händen und wir haben piratenschatz natürlich dynamit große küsse dynamit produktivität plus 200 alle bergmien äh ne ammoniak flasche oh wow ach ne das ist nur begrenzt ne das ist doof und alle auf den rückweg so jetzt hat er hier schon mal keine inseln mehr der erste noch mehr schnapps ich habe schon genug schnapps und das wir wären dann soweit tot hier ja mhm ich habe sie für den fotografen gehalten aber natürlich ich kann nicht glauben wie dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin so habe ich es noch nie betrachtet mhm war das jetzt schon zensur oder bloß politur wer kann es schon sagen so was gibt es hier salpeter hopfen gut zu sehen dass sie ahnung haben viele augen sind auf sie gerichtet ach der hat hier oben eine kanone hingebaut schiff unter beschuss so so mehr als bereit mhm mhm segel kann ohne mhm wir lahmen etwas zu menschlich oh ich habe zu wenig Pharma sehe ich gerade ooooh das ist natürlich ungünstig Spielstand gespeichert. Mehr Färtschen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Naja, immerhin. Das Leben ist in Ordnung. Ich habe keinen Fisch mehr? Was? Nee. Fisch habe ich noch jede Menge. Verkauf das scheiß Holz. Das kannst du auch verkaufen. Bauen wir nicht. Oh, wir haben schon wieder 50 Kanonen. Die ist eindeutig zu hängen. So, die werden repariert. Fischereien. Ja, leider ist der Umkreis zu klein. Was? Habe ich hier eigentlich schon... Ähm, Dinge? Das ist Polizeiwache. Nee, ne? Ich habe hier nämlich eine Polizeiwache. Das ist aber mutig. Ah, hier doch. Da ist doch eine. Was zähle ich denn? Zwei habe ich sogar. Sehr schön. Bisschen die Straßen ausbessern. So. Damit der Radius ein bisschen größer ist. Jetzt wirst du nicht repariert. Jetzt. Bereit für neue Befehle. So, wie schaut's denn aus? Ja, Bier ist immer noch zu knapp. Das ist echt blöd. Ich schau's mit Topfen aus. Topfen. Haben wir genug. Okay, da bauen wir noch so ein Ding. So. Das sollte dann hoffentlich reichen. So, wie gut sind sie denn befechtigt? Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist auch noch eine. Oh, hat Bum gemacht. Zähnlich. Dann können wir gleich noch eins bauen. Admiral auf der Brücke. Okay, wir bauen erst mal Geschütze. Was brauchen wir da? Zehn. Zehn. Acht. Stahl haben wir genug. Okay. Das müssen wir über Bord werfen. Danke. Ziegel. Und Kanonen. Jeweils zehn Stück. Eine sollte eigentlich reichen. Steuermann? Spielstand gespeichert. Hier gibt es sonst nichts, oder? Nee. Mehr als bereit. Kann man direkt einen Einzelnen hinterher bauen. Euer Zähne? Das ist unser gutes Recht. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Das passt, passt, passt. Äh, Gitterreide. Scheint noch zu passen, oder? Naja. Könnte ein bisschen eng sein. Plotter erwartet Befehle. Ich glaube, das ist dann... Schiff unter Beschuss. Ja, das ist kacke hier. Blöde Stelle. Flotte Segel in Formation. Oh oh. Ablenkung. Nicht versenken. Nein. Ein Schiff wurde zerstört. Hat er erreicht, Leute. Ja. Sie haben ihr Flaggschiff verloren. Wie bedauerlich. Nun, ich werde sehen, ob ich... Äh. Achtung! Admiral anwesend! Könnte ich auch mal feuern? Schiff unter Beschuss. Boah, warte dir. Formation eine. Nein, Sie durchkreuzen meine Pläne nicht. Oh, doch. Oh, sagen Sie nicht, dass ich einen Termin verpasse. Flaggschiff steht zu Diensten. So. So, wir müssen mal schnell das Zeug einsammeln, bevor es wieder weg ist. Setz die Segel. Plotte bereit zum Feuer. Wolltest du auch angreifen? Oh, eher nicht. So, der geht mal zurück zum Feuer. War barrieren. Da liegt... Achso, es hat sich hier reingeworfen. Die Verruhe wurde beendet. Auf was schießt du? Haben wir wieder Krieg mit den... ...Dingen tatsächlich? Okay, du hast es zu gewollt. ...Waffenstillstand? Nee. Neue Befehle? Willst du hin? Volle Segel! Auf Ihren Befehl. Rode übernehmen. Oh. Bisschen was verloren gegangen, ne? Shit. Na, toll. So, wenn ich jetzt hier bleibe, dann... ...passiert nichts weiter, ne? Dann bleibe ich noch im Kampf. Das finde ich gut. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, ist ja schön. Setzen Sie den Angriff fort oder die Belagerung endet. Ja, gleich. Moment. Spielstand gespeichert. Erwarten neue Horizonte. Nee. Irgendwas schießt? Ah. ...Route eingezeichnet. Admiral auf der Brücke. So, versuchen wir es mal hier. Neue Ziele? Achtung! Admiral anwesend! Rum, rum kann ich gut gebrauchen. Wo ist denn das andere Schiff eigentlich? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst? Ach, da oben. Da ist schon wieder ein Piratenschiff. Nerf! Nerf! Ach, haben die auch gekriegt? Ach, sehr schön. Schiff unter Beschuss! Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. mehr als bereit. So, der ist auch repariert. Ah, jetzt ist gleich vorbei. Stimmt gleich ein Wuffenstillstand, oder? Wie ist das? Und jetzt hoffen Sie auf milde? Stillgestanden! Der Admiral! Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Aha! Sie halten das für Güte! Yo! Okay, ich mache ein bisschen zu wenig Geld für meinen Geschmack. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Schneller. Und noch. Flotte erwartet. Aha! Aha! So, auf geht's! Leute! Lotte! Lotte legt ab. Nennen Sie mich ruhig altmodisch … aber ich muss nicht jeden mögen. Schiff unter Beschuss Feindliches Ziel erfasst Ein Schiff wurde zerstört Bäh Doch Doch Ich krieg dich Ja leider Komm schon Ich krieg dich Hopp hopp Aha Erobern Oh tschüss So jetzt hast du keine Insel mehr Versuch das Du hast keine Schiffe mehr Sehr geil Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen Eine schöne große Verte Insel Expansion Erfordert Blut Schweiß und Tränen Zum Glück nicht unsere Ei Wow Jede Menge Pelze Das ist schön Bier jede Menge Noch mehr Bier Noch schwimmen wir Schiff unter Beschuss Steuermann Die Pelze kommen hier sehr gelegen Sehen sie sich nur an Stolz zurecht Ah schon voll Dann mach du das doch Wo denn Ach da unten Äh Shit Da war ja noch was Sind unterwegs Schiff vom Stapel gelaufen Ein neuer Auftrag Schiff unter Beschuss Lotte segelt in Formation Ach diese blöden Schiffe Ja Ist gerade ein bisschen nervig Hi Ja Hat er jetzt eigentlich noch die alten Ja hier hat er noch die ganzen Inseln Okay Gut zu wissen Wir lahmen etwas Weh der wird jetzt versinkt Ich lass mal hier zurückziehen Schiff unter Beschuss Feuer von allen Decks Nicht stehen Boah Er hat es gerade überlebt Man könnte meinen Du wärst gar kein Royalist Ja 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 Graz überlebt Wir kämpfen weiter wenn nötig Ja 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 Ist das ein Hitzel wieder Spielstand gespeichert Noch schwimmen wir Zehn Kartoffeln Na wie süß Mehr als bereit Noch mal drüber schauen Gerne Das Belagerung endet Das wird schon mal So wegen Dingens Manchmal ist Manchmal ist weniger Mh Mein Verlag Ich meinte Ihr Verlag Ihre Entscheidung Ja Natürlich wissen sie Ich würde dein Hirn auslöffeln Wenn du eins hättest So was hast du denn schönes gefunden Zehn Segel Höhen Sie jetzt nicht auf Seien Sie gnadenlos Wenn Sie müssen Oder übernehmen Hopfen Hopfen und Paprika Okay Könnte man wieder schön bebauen Wenn ich das möchte Wie die Made im Speck Ich weiß nicht Über was ich mich beklagen sollte Hm Wir kämpfen weiter Wenn nötig Kurs setzen Jetzt gibt's Bier Jede Menge Schiff unter Beschuss Segel setzen Wo der jetzt schon wieder Nach da hinten Als kommen sie mit großen Schiffen Neue Befehle Oh zu viel Wegen In die Maschine Verdammt Steuermann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020